willkommen zu einer neuen folge ich träume von das habe ich bisher einmal gemacht das war ich träume von natururin furzt im schlaf das war sehr lustig und komisch zugleich hannes hat da versucht eine traumdeutung vorzunehmen das habe ich mir gewünscht vielleicht dass manche sich versuchen damit zu beschäftigen und zu gucken was könnte das bedeuten was kann das zu sagen haben ich hatte in der zwischenzeit viele 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 träume viele die waren richtig krass du wachst auf aber in dem moment kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern dann durchlebst du so viele komische sachen wo du denkst sowas kannst du nicht erzählen jetzt habe ich aber eins gehabt die bilder verfolgen mich jetzt schon seit tagen deswegen möchte ich heute euch darüber erzählen wer wenn es interessiert oder wer seinen letzten traum auch mal drunter schreiben mag oder ob er sowas kennt auch schon mal sowas geträumt hat heute heißt es also ich träume von menschlicher zerfall beziehungsweise was ist menschlicher zerfall man kann auch sagen verwesung ich habe mich selbst in einem raum gesehen ein raum was aussah wie wie eine gefängniszelle aber ohne gitterstäbe es war einfach nur eine tür ich habe jetzt in letzter zeit immer hier diesen den fall kalif browder geschaut wurde in isolationshaft war die ganze zeit vielleicht kam das auch daher dass ich so diese zelle wo er die ganze zeit in isolation war dass ich die auch in meinem traum wiedergefunden habe ich habe mich also in einer zelle wiedergefunden da war ein kleines fenster es waren hohe kalte weiße wände sonst war da eigentlich nichts außer eine liege in komischerweise eine zelle hat normalerweise ja keinen spiegel oder sonst könnt ihr den spiegel kaputt hauen könnt ihr euch da eine scherbe rausnehmen könnt ihr euch was antun könnt ihr den wertern was antun könnt sonst was vielleicht war es auch keine zelle vielleicht war es halt einfach nur ein spärlich eingerichtetes schlafzimmer ich weiß es nicht ich sitze also in diesem zimmer und das einzige was ich wirklich vor meinen augen sehe ist dieser spiegel ich stehe auf und gucke in diesen spiegel und irgendwas hat nicht gestimmt ich habe irgendwas gemerkt mein mund hat wehgetan meine zähne haben wehgetan ich wollte im spiegel schauen was das ist es hat sich komisch angefühlt es hat sich generell komisch angefühlt beim abtasten hat sich noch komischer angefühlt ich bin also aufgestanden bin an den spiegel gegangen habe dann geschaut und ich konnte meinen augen kaum trauen sowas habe ich einfach noch nie gesehen es war wirklich so ein schrecklicher anblick ich stand einfach daran habe gedacht was ist das ich habe meinen mund geöffnet meine zähne waren in dem sinne keine zähne meine zähne sahen aus wie glühbirnen wo du auch reinschauen kannst die gefüllt waren mit irgendwelcher grüner masse beziehungsweise wie so duft so duftkügelchen solche schleimigen die eingefüllt in eine glühbirne und diese glühbirnen waren meine zähne die alle aneinander gehangen haben aber krumm und schief und locker waren und der eine hat mich so gestört der hat so hin und her gewaggelt den wollte ich mir selbst rausziehen weil der ich konnte nicht mehr normal meinen mund zu machen also habe ich an dieser an dieser zahn glühbirne gezogen und die ist natürlich verdrahtet gewesen sie war verdrahtet mit meinem ganzen mund mit allen anderen zähnen ich ziehe und ich merke schon wie sich was hinterher zieht wie sich ein draht hinterher zieht und die anderen zähne anfangen sich auch zu lockern und ich dachte wenn ich den jetzt abziehe ich reiße mir komplett alle zähne raus ich kann das nicht machen ich habe versucht diesen draht irgendwie durchzubiegen ich habe das immer wieder hin und her ich wollte einfach diese eine glühbirne raus haben habe ich im endeffekt auch geschafft durch wiederholtes hin und her biegen ist der draht durchbrochen ich konnte diese birne lösen ich hatte so eine lücke hier vorne und ich hatte diese glühbirne in der hand gefüllt mit diesen grünen schleimigen duftkügelchen sah zumindest im nachhinein so für mich aus und plötzlich ging auch die tür auf meine familie trat herein meine verwandtschaft meine mutter meine tante mein onkel meine kusine standen plötzlich vor mir und haben gefragt was ist mit dir denn passiert was ist denn los bei dir oder ich habe einfach nur diese glühbirne vor mich gehalten sie haben sich das angeguckt sie waren angeekelt sie wussten nicht was das ist sie haben das noch nie gesehen und sie haben die tür einfach wieder zugemacht und ich stand wieder alleine da ich stand wieder alleine vor diesem spiegel und ich wusste nicht was ich machen soll mich hat das so gestört ich wurde wütend ich habe begonnen diese einzelnen glühbirnen einfach aus meinem gesicht zu ziehen aus meinem mund und jedes mal wenn ich eine rausgezogen habe hat man richtig gesehen wie nicht nur die glühbirne auch der rest alles was dabei war diese ganzen zahnreihen stück für stück alle rausgerissen wurden wie sich das zahnfleisch aufgelöst hat teile rausgerissen sind ich dann gar keine zähne mehr hatte und während ich da stand mit dem mund ohne zähne sah mein zahnfleisch aus wie wie eine melone also wenn du das rote von der melone hast und du kannst einfach mit dem daumen reindrücken und dir ein stück rausbrechen damit habe ich danach begonnen ich habe begonnen ohne zähne mein zahnloses zahnfleisch zu bearbeiten und habe mir das zahnfleisch stück für stück rausgerissen immer weiter weil das alles locker war das war alles locker das war alles lose das hat mich gestört das hat ich habe mich nicht sicher damit gefühlt und ich wollte dass es ein ende hat aber es gab kein ende je mehr ich abgebrochen habe desto mehr war darunter wieder locker je mehr ich rausgerissen habe desto mehr war darunter auch locker ich saß also da stück für stück habe ich alles weitere alles war blutig alles war schleimig alles war voll keine zähne kein zahnfleisch ich habe keine ahnung ich saß da ich war total eingesaut ich konnte nicht mehr reden mein ganzer Kiefer war es sah aus wie in einem Horrorfilm und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht krass ich musste schon im Traum gewusst haben dass das ja ein Traum ist sonst hätte ich nie versucht mir das alles rauszureißen um zu gucken was darunter ist welcher normale Mensch würde dann in dem Moment wäre man doch abgeschreckt und würde sagen erstmal zum Arzt die sollen sich das angucken aber ich habe dann dieses Gefühl gehabt dass ich im Traum schon wusste dass das ein Traum sein muss und deswegen das alles auch rausgerissen habe um zu gucken wie weit geht das was kommt danach was passiert dann leider bin ich dann aufgewacht und saß da und wusste überhaupt nicht was das sein soll oder was mir das sagen soll habt ihr sowas schon mal geträumt habt ihr sowas ähnliches schon mal erlebt oder was denkt ihr was kann das sein was soll mir das sagen ich habe auch noch andere Sachen geträumt aber ich weiß nicht ich nehme jeden Abend stopfe ich mir meine Tabletten da rein dann liege ich den ganzen Tag da bin tot sabber vor mich hin trotzdem diese Albträume sie kommen immer wieder sie kommen immer wieder irgendwelche verworrenen Sachen also wenn ihr eine Ahnung habt was das sein könnte was das bedeuten sollte oder wenn ihr eine Geschichte braucht abends zum Vorspielen dass Leute am Lagerfeuer sitzen und sagen komm wir hören uns mal was was ekliges an könnt ihr das gerne vorspielen das war es glaube ich von meiner Seite aus schreibt ihr mal rein was ihr zuletzt geträumt habt oder was ihr denkt was das war wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses bis zum Vorspielen